Wir haben unseren neuen Wellnessbereich vorgestellt, den wir gerne ab 4. September anfangen zu bauen und gerne nächstes Jahr im März offiziell eröffnen möchten. Da geht es um eine Panorama-Sauna mit Seeblick, eine Bio-Sauna mit seitlichem Seeblick und das Thema Boote und Saale vereinen in dieser Bio-Sauna. Es geht um ein Dampfbad, eine Infrarot-Kabine, einen 17-Digel-Ruheraum und dazu noch zwei schöne Behandlungsräume für Kosmetik und Massagen. Wir nehmen das Thema Salz mit auf in den ganzen Bereich, weil unser Wellnessbereich heißt auch Salzkristall. Wir sind ja hier im Salzlandkreis, wo die größten Salzreserven Europas liegen und das haben wir uns einfach zum Thema gemacht. Es wird eine Salzwand geben in der Aufgusssauna mit dem Seeblick, wird es eine schöne große Salzwand geben. Dazu natürlich auch Salzgetränk bzw. Salzessen im Angebot mit Salzkrustenbraten als Beispiel für unsere Halbpensionsgäste. Aber auch in den Behandlungen sollte natürlich sich das Salz widerspiegeln und auch in den Ruheraum wird sich das Salz widerspiegeln, indem wir es einfach mitverarbeiten als Dekoration oder als Optik und auch zum Inhalieren soll es möglich sein. Auch im Dampfbad wird es extra ein Sohle-Dampfbad mitgeben. Es war für uns wichtig, ein Unternehmen aus der Region zu finden, weil es Hand in Hand gehen muss und weil wir natürlich auch die Region mitstützen möchten, wenn wir investieren, weil es ist doch schon eine recht große Summe und wir möchten einfach dann aus der Region greifen und arbeiten können. Wir planen zurzeit den Wellnessbereich oder erst geplant hier oben in dem Bereich, wo Sie ihn sehen, befindet sich dann ab März, wie gesagt, ab September wird gebaut dann mit dem Giebel, mit dem Panorama-Sauna wird extra ein Fenster eingebaut. Aber es soll natürlich auch ein Daysbar angeboten werden, wo auch regionale Gäste einfach auch den ganzen Tag entspannen können mit Behandlung oder einfach die Angebote, was der Wellnessbereich bietet, zusätzlich mit dem Strang annehmen können. Das Restaurant hat nur zwei Wochen zu, das ist da, wo wir die Elektroarbeiten umbauen. Für unsere Hotelgäste betrifft das in der Hinsicht keinen, weil wir einfach dann in unseren Saal vier Jahreszeiten das Frühstück anbieten. Aber im Restaurant wird vom 4. Januar bis 14. Januar geschlossen sein, sodass wir die Umbauarbeiten, die wir für den Wellnessbereich, aber auch für die Restaurant-Umbauarbeiten brauchen, einfach dann nutzen können. Der Giebel wird eine ganz große Rolle spielen, weil da noch eine schöne Außenterrasse hinkommt, wo ein außenbeheizter Whirlpool aufgebaut wird, eine Wendetreppe nach unten führt und wir eine Kapionenwand hier hinsetzen mit einem kleinen Tor, sodass die Verbindung zwischen Strand und Wellnessbereich gegeben ist und die Leute einfach direkt über den Wellnessbereich zum See hin gelangen. Für den See bedeutet das einfach auch nochmal eine Aufwertung, weil wir auch noch ein bisschen in den See unten investieren, aber es auch ein bisschen ruhiger zugehen wird, als wir die letzten Jahre. Wir haben da extra Welcome-Tage auch im Angebot ab März bzw. Februar. Aber wenn man als Tageskast kommt, kann man einfach vor einer Rezeption anrufen bzw. einfach dann auch unerhofft kommen. Wir werden es im Internet auch mit den Öffnungszeiten bekannt geben und dann kriegt man eine Check-in-Karte an der Rezeption, wird rübergebracht zum Wellnessbereich, hat eine Keycard und dann kommen wir direkt zum Wellnessbereich. Über 250 Quadratmeter Wellness mit Panoramasaunne mit Blick auf den See. Bio-Sonne, wo das Thema Bode und Saale in Einklang finden wird. Und dann geht man hier vorne rein, hier vorne haben wir wieder eine kleine Piazza, wo man hier vorne links seine Handtücher nimmt. Dann hat man hier die Infrarotkabine, die Bio-Sonne, die auch seitlichen Seeblick haben wird. Und dann natürlich das Herzstück, unsere große Aufgusssauna mit Panoramablick auf den See. Wir hatten das Thema Salz im Vordergrund stellen, weil wir ja nun im Salzkammkreis auch leben und das natürlich auch fördern möchten. Wir werden dann zum Beispiel auch einen Salzaufguss machen, von den Massaden stellen wir uns vor, dass es dann auch eine Salzbehandlung gibt bei der Massage. Die Piazza, die Infrarotkabine, schon den Eisbrunnen, die Ablagen, dass wir dann so auch umgesetzt werden in den nächsten Wochen. Die Bio-Sonne bekommt das Thema Natur, da nehmen wir die Bode und Saale thematischmäßig auf. Wenn man auch weiter irgendwann investieren, soll es ein Außenwahl zu Schwimmbad geben, wo man das mit Salz aufnimmt. Aber so weit sind wir jetzt nicht, weil das ist jetzt erstmal ein großer Schritt für uns, weil das wirklich sehr viel Geld jetzt schon kostet. Da werden wir gewisse Arrangements anbieten. Wir werden auch anbieten, dass wir abends Saunen saunieren oder Sternenhimmel haben. Wir haben den Tagungsbereich komplett erneuert, das sehen Sie auch gerade in den Räumlichkeiten. Und da haben wir in den letzten Monaten auch nochmal sehr viel Geld investiert. Jetzt auch ab dieses Jahr neue Freizeitaktivitäten mit angeben. Wir haben ab nächstes Jahr Segways im Angebot mit. Elektrofahrräder. Kanufahrten sind auch wieder möglich von der Saale aus oder von der Bode. Das können die Kunden gerne selbst mitbestellen. Dann haben wir einfach das Freizeitangebot noch etwas erhöht. Führt uns Hotelgäste oder auch für die Tagungsgäste. Dort an der Saale, ob aktiv die schöne Seenlandschaft entdecken, eine Fahrradtour durch Saalental genießen, den Schläger auf der Golfanlage schwingen oder im Wellnessbereich mit Sauna die Seele baumeln lassen. Das Akamed Ressort bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Kurz Urlaub mit der Familie, Wellness-Trip mit den Mädels oder zu zweit verliebt ins Wochenende. Besuchen Sie uns. Akamed Ressort. Ihr Erlebnis am See. www.akamed.de Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ab März viele Gäste zu uns kommen würden und den Wellnessbereich nutzen möchten.